Hi, ey, ich war heute in der Schule wieder, ne? Ja, und? Naja, wir haben da so ne Lesestunde gemacht. Wir haben zusammen Pinocchio gelesen. Oh, das ist ne tolle Geschichte, hä? Naja, also wie man's nimmt. Der Junge, der war vielleicht, also wirklich, jedes Mal, wenn der flunkert, dann wächst ihm die Nase ganz lang. Ja, das stimmt, ja, das ist typisch an Pinocchio, dass der so ne lange Nase hat, das weiß jeder. Na, also hör mal, also das, das wär ja furchtbar peinlich, wenn mir das auch passiert. Ah, weil du so gerne flunkerst, hä? Naja, flunkern, weißt du, ich hab eben Fantasie. Und wenn man da so ne schöne, fantasievolle Geschichte erzählt, und da kriegt man plötzlich ne lange Nase. Also hör mal, wie, wie, was soll das denn? Ja, das ist natürlich... Hm, peinlich, sag ich dir. Ja. Ja.